Außer du. Mir. 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 Lifeboats. Was? Hallo, meine werten Freunde und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Mit mir. Und ihm. Was nicht ganz interessant ist. Aber, okay, mit ihm. Ja. Das ist der erste Mann of the World. Den gibt's weit mit, den gibt's weit im Face Camp. Und Maske. Ich hab nämlich etwas geplant. Ich hab mir ein Lied ausgesucht. Und dieses Lied zu Karo-Party möchte ich mit Cam machen. Natürlich mit Maske ist das selbstverständlich. Ich werd's, äh, ja, etwas kompliziert aufnehmen. Äh, hoffe, es wird natürlich geil und verspreche jetzt nicht so viel. Deswegen guckt einfach meine Videos und, ähm, ja, wir bauen uns erstmal ein Auto-Crafting-Table. Denn ich habe was rausbekommen. Mit diesem kann man jetzt zum Beispiel auch was zusammencraften, wenn man darunter ein Interface sitzt. Interfaces habe ich oben schon gesetzt. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ähm, ich habe ein paar Sachen automatisiert, äh, beziehungsweise rausgenommen. Ähm, im Moment, ich habe jetzt hier, habe ich Kohle mit reingepackt. Das Kohle und, ähm, der Gold, das Copper und Ingots, sind jetzt, äh, Copper, Copper und Eisen, so. So, jeweils aus Ingots und aus dem Ohr kann was rauskommen und den, äh, dazugehörigen Never-Ohr. Das gleich gibt's hier drüben nochmal. Da wird die Bars jeweils oder das Brot, die Tomate, äh, Tomate, die, die, die Tomate. Hm, die Kartoffel, die Tomate, sogar Glas und, ähm, ich habe sogar das Stein hier reingetan. Das hat, äh, für mich einen gewissen Grund, ist aber nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, ja, hier habe ich ja Kohle, das drinnen. Grund dafür, ich möchte Solarpanels automatisieren. Dauert einen kleinen Moment, also vielleicht eins im Vorhang, mal gucken, wie lange ich brauche. Aber gut, ich lasse ihn jetzt da drüben reden. Ich bin, äh, ich bin greiftig am Flaften. Genau, weil, so heißt das heutzutage. Nee, ich bin fleiftig am Rumkraften. Ich möchte nämlich meine Hause, meine Behausung ein wenig weitermachen. Und habe jetzt vor, mein Schlafzimmer zu dekorieren. Und meine Bibliothek. Ah, sorry. Und das mache ich gerade. Also, wir haben heute wirklich sehr, sehr interessante Sachen zu tun, das hört man schon. Interessant. Äh, ich habe mich auch so in Sachen, andere Sachen schon informiert. In Sachen, andere Sachen? Zum Beispiel mit den ganzen... Du Schlawinerwürste. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt automatisieren mit dem Solarpanel. Wir wissen ja jetzt nicht, wenn das auf einmal stoppt, was fehlt denn uns? Dazu können wir ein, ähm, E-Crafting... Ähm, das ist das Terminal und dann gibt es, äh... Jetzt muss ich nachgucken. Crafting, 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 Crafting hier, Crafting Tonium. Die Crafting CPU. Nee, Crafting Monitor. Der ist eigentlich auch, äh, simpel zu craften aus einem, äh, Basic Prozessor, ME-Kabel, 2, äh, 4 Iron und 3 Glas. Simpel zu craften und da können wir uns nämlich angucken, was fehlt denn für einen Rohstoff? Äh, wir können zwar nicht sehen, wie viel davon fehlt. Äh, aber, aber man sieht dann, äh, okay, es fehlt Kupfer und deswegen können wir es dann auch dadurch automatisch abbrechen. Wenn wir nämlich Kupfer reinschmeißen, wird es ja sofort verbraucht dafür. Und dann können wir es dann ein bisschen, ja, abbrechen, sagen wir es mal so. Das ist mein nächstes Ziel, was ich habe. Zuerst ist erstmal, wie gesagt, das erstmal hier zu machen. Warum habe ich hier ein Glasfaserkabel? So. So, dass es dich eher wundern, warum du gerade siebenmal erstmal gesagt hast. Weil erstmal erstmal ist. So, wir haben, ach ja, wegen, wegen erstmal, ne? Weil am Anfang erstmal, erstmal, ja, genau. Ach, wir brauchen noch einen Export-Buzz. Gut, das, jetzt habe ich es verstanden. Das kann, habe ich ja auch jetzt. Ich, keine Lust. Oder haben wir noch eins drin? Ne, wir brauchen nie Import, nie Export. Und davon haben wir auch Geld. Das kann man zum Beispiel auch automatisieren. Denn wenn wir mal jetzt viel mit einem ME-System machen. Oh, Leute, bei mir wurde das Bild gerade leid. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Neister, neister, neister. Ja, ich spiele jetzt erstmal hier, weil ich habe gebockt, dann nochmal 3000 mal zu schneiden. Ähm, bei, also jetzt nochmal zurück zu kommen. Wenn wir dann genug von allen haben, würde ich dann bei ihm nur drüben vielleicht ein Terminal. Ich weiß es nicht, ob ich da vielleicht ein Terminal hinsetze, dass er, wenn er jetzt mal Holzbrauch rausnehmen kann. Naja, ich weiß noch nicht. Oder ob, ja, es muss dann direkt kein Crafting-Ding sein. Kein Crafting-Terminal, sondern ein normales Terminal. Da hat er nämlich auch seine Kisten weg. Das ist... Äh, meine Kisten sind sowieso bald weg. Ich schmeiße meine ganzen Sachen dann irgendwann zu dir rein. Aber ein paar werde ich mir sowieso behalten. Die vier im Hauptraum unten in meinem Keller, die werde ich sowieso behalten. Weil ich halt auch gerne ein paar Sachen bei mir direkt haben möchte, die halt meins sind. Geht die ja wahrscheinlich nicht anders. Nö, ich habe eigentlich alles drin. Aber ist auch egal. Gut, das Einzige, was ich jetzt glaube ich nicht automatisch hier kann, sind die Silikonenplatten. Aber es ist nicht ganz so schlimm. So die Glasplatten, da brauchen wir Glas. Ne. Ach, ich habe so... Ne, 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 negativ. Weil ich es ist. Für die Glasplatten brauchen wir ja kein Glas. Wie kommst du denn da rauf? Wie viele Glasplatten gehen wir raus? 16. So, jetzt müssen wir erstmal Glas machen. Und zwar wir brauchen... Ach, ich mache erstmal 10, das reicht. So, jetzt brate mal durch. So, jetzt haben wir schon mal ein Glas. Das dauert jetzt einen Moment. Eine ganze Weile, ja. Ich weiß nicht. Lange atmig. Ja, wir können hier auch Prozession oder Beschleunigereien tun. Muss ich aber nochmal gucken, wie sie heißen. Du meinst die Overclock-Updates? Oh, genau, Overclock. Bitte. Ja, ich habe mich mit der Materie schon mal ein wenig auseinandergesetzt. Die sind nicht ganz so gut, das kann ich dir gleich sagen. Weil die erhöhen extrem den Energieverbrauch. Und zwar so sehr, dass es eigentlich weniger Nutzen ist, als, äh, ja. Ja, gut. Mehraufwand. Ich weiß, es ist jetzt an sich erstmal so für uns gar nicht so wirklich das Problem, aber ich weiß nicht, ob ich denn statt 32 500 irgendwas für zwei Overclock-Updates reinschmeißen möchte. Da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so zielführend ist. Es kommt mir ein bisschen sehr übertrieben vor. So, jetzt habe ich erstmal die 16 Glass-Panels und jetzt brauche ich nochmal jetzt brauche ich nochmal 6 Glass, äh, Atsch, Beginn. So, das dauert jetzt einen Moment. Danach können wir uns schon mal das Glass-Panel Glass-Panel automatisieren. Und ich habe gerade wieder FPS-Probleme. Ich merke es, Leute. Äh, ich gehe mal kurz Video-Setting, äh, Power-Server Fahr, hier macht man, hier macht man mal normal die Render Distanz. Ich hatte das mal geändert für das Thumbnail. Und jetzt habe ich das wieder geändert wegen der Aufnahme. Gut, ganz hoffentlich läuft es jetzt auch wieder nicht, aber was läuft. So, wir können aber trotzdem mal nachgucken. Wir haben Weizen, haben wir jetzt über 500 Stück. Das kann ich auch mal zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel Brot haben wollten. Craften. So, Beginn. Wird zuerst hier oben nicht gleich irgendwie was gemacht. Wie viel? Darf ich mal kurz dazwischen was fragen, wie viel Weizen haben wir eigentlich inzwischen? 500, äh, circa 500. Gut, das klappt doch nie, weil ich habe jetzt im Moment die Kart rausgenommen. Sonst würde nämlich hier das Weizen reinfliegen, pulverisiert werden, dann zu Mehl werden und durch, und aus einem Mehl kriegt man dann ein Brot raus. Also effektiver ist, wenn man drei Weizen nebeneinander legt. So. Haben wir keinen, haben wir keinen Strom oder was ist hier oben los? Ach nee, ich habe das ganze, ahhh, ich habe das ganze Sand noch bei mir. So. Das ganze Sand. Ja, ich habe zwei Stacks Sand geformt und das ganze Sand. Das ganze Sand. Deutsche nicht gelernt bei Yoda. Äh. Deutsche gelernt haben du bei Yoda-Meister. Nicht haben, ne, Yoda-Meister, du, ich lernen bei dir. Nichts. Yoda haben Meister lernen. Äh. Äh. Ach ja, so sieht es aus. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Craft a floor with a weed, genau. Und wir sind eben noch die Tindust und Coal und Redstone, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das ist nicht ganz so wichtig, weil du findest nicht so schnell das Redstone oder, äh, es netter Redstone oder in der Arbeit heute so viel geredet und jetzt noch mal. und da proben wir die Karte nicht. Ja, also ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass das, äh, Redstone-Nether-Oar extrem selten ist. Also ich hab's, weiß ich nicht, ich hab vier davon gefunden und ich war, also ja, offscreen war ich ja ein bisschen farm. Ich hab grad mal vier davon gefunden und ich war irgendwie fünfmal in der Hölle drin und hab da etwa neun Spitzhacken draufgehen lassen. Also, naja, es ist selten. Das wollte ich damit jetzt sagen. Ich hatte mal das Glück und hatte mal einen Haufen gefunden. Glück im Umglück, ich bin leider danach gestorben. Ja, das ist doof. Ja, es wird schon wieder langsam Nacht, aber ich würde zuerst die Karte hier reinlegen. Da haben wir schon mal das hier gelöst. Genau. Durch das Glasdinger. Und wir legen uns mal rein und warten jetzt mal auf den lieben, lieben Rattenfänger. Yo. Der überlegt gerade, also ich hab eine Idee, was ich jetzt noch gerade machen kann, um mein schönes Zimmerchen hier weiter zu verschönern. Die hier. So, und wir können uns das schon mal überlegen, was muss ein als nächstes gemacht werden für die Solarpanels. Okay. Funktioniert auch reversibel. Sehr schön. So, und zwar hier vier Coldust werden ein, das heißt, ich muss jetzt die Coldust mir besorgen. Äh, genau, ich hab überhaupt kein Star. Wollen wir uns mal vier Stück beginnen. Ach ja, das ist ja kein, kein Dings. das ist ja ein Lab, das ist ja kein Längs Lab. Stimmt ja. Ich hab mich gewundert. Das ist ja komisch. Boah. So, dann kann man jetzt den erstmal zurückverwandeln, dann können wir den noch schneiden. Na komm, einen brauche ich noch. Ja, genau. Dazu Corner. Nee, ich brauche noch mehr. Nehmen wir uns mal noch einen. Machen mal Step draus, dann kann man den schneiden. Ja, genau, Panels waren ja die etwas kleineren. So, dann können wir hier die Strips draus machen. So, jetzt sieht es zwar ganz doof aus, weil das Ding eigentlich rundherum geht, aber das ist jetzt heller. Was ich glaube, das kommt besser, wenn es heller ist. Oh ja. Ich weiß nicht, um was es geht, aber oh ja. Ja, so ist das geil, ne? Geil, 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 dumm, 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 ach so, Wochenende gibt es dann natürlich wieder streamen, selbstverständlich. Hoffentlich. Ob mit ihm oder ohne ihm ist er, weiß ich nicht. Wir hatten ja letztes Mal so welche riesigen Shitprobleme, aber trotzdem würde ich sagen, es gibt natürlich wieder hin zum Ende einen wunderschönen Endcut, wie sage ich das denn, Endcutstream, Wunderschöne, wunderschönen Ende. Wunderschönes Abschluss. Liedchen, genau. Ja, ich wollte eigentlich Lied sagen, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich es sagen soll oder nicht. Ja, man kann das schon sagen, am Ende kommt natürlich wieder ein bisschen Song, technisch was rein. So, so. Da könnt ihr euch natürlich jetzt schon sehr, sehr darauf freuen. Äh? Es funktioniert wirklich nicht, ach so, weil die zu dick sind. So, gut, okay. So, da haben wir das, jetzt bauen wir da, wo es Bum und sind. Den funktioniert es. Ach so, stimmt ja, das sind ja dann so eine, jetzt hat es Klick gemacht. Und es hat Klick gemacht. Dumm, dumm, er wollte es dir doch schon immer mal sagen, er wusste nicht, wie man es sagen kann. ich war, okay, so. So, ist ein so ein Ding, man kommt, ist er noch hier, nein, den Kompressor habe ich hier unten abgebaut, der ist jetzt im Moment hier oben, äh, bei sich Kompressor hat. Das muss natürlich auch noch ein bisschen automatisiert werden, man sieht hier ist noch kein Kabel dran, das heißt, im Leistung wird das dann alles zu 100% erstmal hier für die Solarpenals automatisiert, sodass die Solarpenals überhaupt keine Probleme haben zu produzieren, außer es fehlt natürlich etwas. Also, so wie immer. So, wir haben die Carbon Plates und die Carbon Plate, die tun wir jetzt. nicht da hinliegen, weil uns jetzt was fehlt, so, Den hätte ich eigentlich schon herstellen können. so, ein, wo, nein, genau falsch. Und daraus entsteht ein Carbon Plate und das da, was hier. So, und jetzt können wir doof. Ich will mich eigentlich jetzt die Wand reinzimmern, na, dann muss ich es per Hand bauen. Carbon Platte, genau. Ähm, Pulverweiser ist ja, jetzt brauchen wir den, ah, der ist falsch rum eingebaut, nein. Ob es die auch als Electrical Version gibt, die Handsore? Na, ich glaube nicht. Hat er schon mal, glaube ich, nachgeguckt. ich würde meinen, es gab doch schon sowas. So, ein Floor, ein Read, der kommt hier drüben rein. Ach nee, ein Floor, ein Read. Das kommt, ach nee, den habe ich ja noch. Das ist eins, das heißt, hier kann ich dann wieder die Labs benutzen. Und hier in der Ecke kommen die Strips rein. In der Ecke wird gestript. Das will ich sehen, das will ich sehen. So, man sieht aber erstmal bei mir, dass man jetzt die, warum kann man die Kapo, ach, die Kapo-Bom-Platten, das ganze Ding ist ja noch nie angeschlossen, genau. E, ich habe keine E-Kabel mehr. Kann man das auch mit einem Exportbus verbinden? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ja schon, ja. Ja, 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 ja. Ähm. Oh? Ah, wird langsam, wird langsam. So, der kommt erstmal weg, dann brauchen wir hier diesen, so, zack, zack. Mal so, damit ich hier auch raufkomme. So. Du, 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 So, dann brauchen wir neue. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Ton ist extrem leise. Ich weiß nur nicht warum. Bei mir kommt es eigentlich gut. Ja, ich weiß, aber von der Aufnahme her irgendwie ein bisschen seltsam. Ha. Ha. Oh nein, ein villiger, oh, warte mal, wir haben ihn in ein villiger. Äh. Ah, da ist meine Hände zur Anle. Zum Glück hab ich mal vorgesorgt. Okay. Und springen erstmal daneben. So wie immer. So. Dann stellen wir uns schnell neue Penelzer, zack. Rubin ist echt ein gutes Material, oder? Ähm, ja. Rubin ist echt ein gutes Material. schön zuverlässig. Wie die gute deutsche Eiche. So, dann. Ah, Quartzfieber könnte ich doch automatisieren. Quartz. So. Ah, ich habe ja gar kein Glas mehr. Oh, shit. Dann kommt es mal drüber. Oh, shit. Nee, äh, ich habe noch unten welches im Keller, glaube ich. nur hier, das, das nehme ich mir als nächstes vor. Da kommt eine Küche hin, ein Wohnzimmer und eine Menge Spaß. Glas und das, Glas und das, Glas und das. Und demnächst besorge ich mir auch wieder ein paar neue Bücher. Okay. Ich habe dir schon meine, habe ich dir rübergegeben außerdem. Jo. Danke. Und meinst, hier habe ich auch noch nicht weiter dekoriert. Das machen wir auch noch irgendwann. Und dem, ja, bitte sag zuerst. Wie viel, äh, Dust wir haben. Wir haben so viel Dust, das ist fast ein ganzes Feld so voll. Ja, jetzt kannst du. Ähm, ich werde mir auch demnächst neue Watermills machen. Da werde ich mal wieder ein wenig Energie transferieren. Weil mein Storage ist komplett voll. Mal wieder. Und ich werde demnächst auch, wie viel Kupfer haben wir? 41 Dust, 45, äh, Ohr und 89 Ingens. Und 5 Netop Ohr, äh, Copper Ohr. Sehr schön. Das heißt, also wir haben richtig schön viel Kupfer, dann werde ich mir demnächst mal ein paar Circuits bauen. Und dann stelle ich uns noch ein paar Lab Packs her. So, aber ich möchte gern was wissen. Bist du voll? Du bist nicht voll, sehr schön. Nee, ich möchte jetzt wissen. Heute noch nicht. Okay, das funktioniert wirklich. Okay, wir können Lab Packs als, ähm, noch größere Energy Crystals benutzen. Die haben nämlich 300.000 Speicher. Jedes. Und du brauchst keinen einzigen Diamanten dafür. Du brauchst nur ein, ein normales, ne, eine RE, 6 RE Batterien, ein Circuit, ähm, und ein Advanced Circuit, also jetzt was an Kupferverbrauch, so, äh, damit verbunden ist. Und Labislazuli Blöcke. Ich würde mal sagen, das machen wir mal ein Relay Stream. Ich würde sagen, das mache ich offscreen. Offstream. Ich mache es offstream. Er hat ein neues Wort erfunden. Yay. Ach nee, wau mal, der hat eine neue Möglichkeit gefunden, äh, Views zu halten. Yay. Nee, äh, offscreen bereite ich sowieso nur Sachen vor. So, meinetwegen Farming Sachen zum Beispiel, das, ähm, ist, denke ich, aber auch in echt, im Interesse von jedem. Oh, ja. Das wir so, dass wir so eine Farming Sachen offscreen oder, und, oder im Livestream machen, weil es ist einfach so ätzend langweilig, das will sonst keiner sehen. Und, dafür hat man natürlich auch, selbst als Videoproduzent, hat man dafür vollstes Verständnis. Nö. Außer du. Mia, ha, mia, ha, läuft bei uns. Was? Läuft bei uns bitte. Wie lang geht denn das Video noch? Also, wir sind jetzt ungefähr eine Minute drüber. Ich hab Hunger! Ich will essen! Ich hab Hunger! Ja, sagt es doch. Nein! Doch? Nein! Was hast du denn? Nein! Eine Batterie ist leer. Ähm, für den Mixer. Äh, du hattest da so eine, so eine feste, ne? Genau, die hab ich aber noch ein paar. Achso, oh, äh, ich hab noch zwei. Dann machen wir das mal anders. So? Ach, hier kann man abgehen. Okay, gut. Gut, dass es dann nicht nochmal von neun anfängt. Das find ich gut. Das heißt, wir nehmen von denen da einen hin. Nehmen von... So, da fahren wir noch welche von. Dann... Wo? Ach, das ist dann schon das nächstgrößere. Ist ein Slab. Aber sind das wirklich schon... Ja, das sind die Panel Strips. Also, die würden wir jetzt hier rauskriegen, oder? Ja, die Panel Strips. Och, wenn ich dann denken muss, das muss ich auch noch alles... So, craftbar. Genau, das hätte ich jetzt gerne auf der linken Seite. Gut, ist das gut. Äh, hast du was dagegen, jetzt zu Schluss zu machen? Oder dich ins Bett zu legen? Mit dir? Auf jeden Fall. Mann. Ne, also, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden den Part jetzt mal hier. weil, wie gesagt, ich habe endlich mal wieder Hunger. Ne, mal wieder? Endlich mal wieder. Ne, du bist so der, der Hungerlose. Achso, der Hungerlose. Ja, der Master Mega Ultra Guy. Ich, ich esse immer durchgehend, so dass ich weiß, dass ich niemals Hunger bekomme. Das ist der Sinn dabei, deswegen möchte ich mir auch niemals bei der Camp zeigen, weil ich so ein muskulöser Kerr bin, dass es jeder verstehen wird. Ja, so funktioniert das. Ja, das ist schön. Das weiß ich so, deswegen stehen die Meldes auf mich. Ähm, aber ich würde mal sagen, äh, das war's mit diesem Part. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr sehr weitersehen möchtet, wie ich die, die kleine Automatisierung hinten weitermache, das ist außerdem mein erstes Projekt, was ich irgendwie gerade durchziehe, fällt mir jetzt auf, dann gibt natürlich einen Daumen nach oben und, meine Batterie ist leer, nein, gibt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, selbstverständlich, das macht ihr jedes Mal. Das musst du übernehmen. Also, ähm, ja, ich hab gerade hier ne, ich hab gerade hier die, eine richtig gute Idee. Also, jawoll, oh, das sieht wirklich gut aus. Schöne Ecke geworden. So, wenn euch der Part gefallen hat, lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, wovon wir natürlich mal ausgehen wollen. Wie könnte man denn Folgen von uns verpassen wollen? Dann auf jeden Fall abonnieren, Leute, abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, it's time to Minecraft. It's time for Menzyman. Denn der Menzyman kann. Ich dachte, du machst jetzt weiter. Ich dachte, du machst jetzt weiter und machst jetzt tschüss und tschau. Ja, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020